Wie hast du das gefunden? Ich hab es schon eine Weile. Wie lange? Viele Jahre. Also, ich hab's versucht, aber Mike war da und ich... Ich hab's mal abgegeben. Du solltest jetzt gehen, Marc. Hallo, Forst. Da bin ich. Gott sei Dank. Sie haben eine Nachricht bekommen. Ja, das habe ich. Haben Sie auch meine anderen Nachrichten bekommen? Ja, darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Die Nachrichten fand ich recht amüsant. Wirklich. Zum Tod nach. Forst tötet Elter und die ganzen Obdachlosen. Das ist fabelhaft. Das vorbereitet ist neues Einmal gegenw fotos. Das war die Nachrichten. Sie kommt Schlubenfil Satan im Geburt. Herr St.